Tor 3. Justin Kirsch, Heilbronner Falken. Seit Jahren begeistert Justin Kirsch mit seinen Offensivaktionen die Zuschauer. Schon 159 Mal traf Kirsch in der DEL 2. Sein Tor gegen Selb ist wieder ein Kandidat für die Wahl zum Tor des Monats. Kirsch vollendet die Aktion von De La Rovere per Direktabnahme zum 1 zu 0. Heilbronn verlor dennoch das Spiel am Ende trotz des Treffers von Kirsch mit 3 zu 4. Dennoch liegen sie nach dem Monat November auf dem 7. Tabellenplatz mit Kurs Richtung Preplay.